Vor den Sommerferien finden Sie im Deutschen Handwerksblatt folgende Themen. Informationen über die Positionen der zur Landtagswahl stehenden Parteien zur Energiewende und der damit verbundenen Forderungen des Handwerks. Hinweise zu einem neuen Mikrokreditförderprogramm der ILB für Kleinstbetriebe und ein Interview mit Ministerpräsident Dietmar Woidke zu Bürokratieabbau und Meistergründungsprämie. Außerdem besuchten wir ein Optikergeschäft mit 170-jähriger Tradition, berichten über die Silbermeistertouren und informieren über jede Menge Geburtstage, Meister- und Firmenjubiläen und vieles andere mehr. Also, reinschauen lohnt sich!